Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 auf die Italia. Heute mit Facecam? Ne, ich muss sie ausschalten, warte. So. Mit dem Darky, Schweizer und dem Patti. Hallo. Okay, let's go. Was haben wir denn heute zu tun? Schweizer ist erst mal im Bummelmesse vergessen und wartet. Der macht irgendwelche Einstellungen. Oh, wir könnten noch mal, wir könnten noch mal, ach so, die können wir nicht, schade. Naja, so war es, aber es ist wieder vorbei. Wir mussten den blauen Anhänger verkaufen. Jetzt geht wieder. Ich habe nur die Lautstärke gehört. Diesen Arzetto, nee, wie heißt der? Adorante. Adorante, der hat leider Fehler geworfen. Er wollte uns nicht auf den Server lassen. Und hat uns nicht auf den Server gelassen. Deswegen haben wir uns so ungefähr 25.000 Euro gutgeschrieben zum letzten Mal. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir haben Missionen zu machen, wurde mir gesagt. Da freue ich mich sehr drauf. Düngen, 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 groben. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin schon beim Dünger schreien unterwegs. Ich hol den Grober. Bist du denn jetzt so? Patti kommt eh nicht an, weil der hat heute sein... Hallo? Sein Tag. Sein Upsi-Tag. Ja? Hallo, könnt ihr bitte nicht die Männchen rumfahren? Was machst du denn da? Die Leute, die arbeiten müssen. Ich schubs dich weg. Guck doch ins Display, dann siehst du das, was er tut. Was machst du denn, Schweizer? Schweizer? Aber er ist viel konzentriert. Der Schweizer macht gerade seine Belegung neu. Ja. Das hatte ich aber auch. Irgendwas hat der LS gestern gemacht. Da musste ich mir meine Konsole wieder einschalten. So ein Böser. Ja, ich weiß nicht, was er gestern getrieben hat, aber auf jeden Fall muss ich die Konsole wieder anschalten. Oh, das hast du ja gerade schon gesagt. Ich habe inzwischen die Input-Bindings und die GameXML beide rauskopiert, dass ich sie einfach wieder reinkopieren kann. Das sind meine Einstellungen. Danke, LS. Auf Wiedersehen. Es ist, wenn man ehrlich ist, einfach jedes Mal ein Trauerspiel. Und das Trauerspiel, meine Damen und Herren, wird wahrscheinlich, lass mich kurz rechnen, morgen. Also morgen, wenn die Folge erscheint, morgen wird das wieder so sein, weil morgen kommt ein Update, ein Patch. Also sichert eure Dinger. Sichert eure Key-Bindings und Input-Key-Bindings, glaube ich, heißt das Zeug. Sichert euch das. Macht euch einen Sicherheitsordner. Vor mich wieder, sonst Leute anscheinend, ein alt kaputt gemacht. Alles umgesetzt. Ja. Das muss man mittlerweile, glaube ich, ein bisschen wissen. Ich weiß schon, dass das Radiozeug immer bewegt ist. Ist das ein Grubber? Auch nicht immer. Flüge? Haben wir keinen Grubber? Doch, wir haben einen Grubber. Oh. Ja, bist du sicher? Wir haben keinen Grubber. Wer hat einen Grubber-Mission angenommen, ohne einen Grubber zu haben? Wir haben keinen Grubber. Männer. Wer hat keinen Grubber? Ich habe sie nicht angenommen. Männer. Ich hole mir eine Scheibenmerke. Aber ja. Willst du wieder Geld ausgeben? Ja, muss ich jetzt sagen. Ich kann ja keine Mission machen, soll ich mit der Hand Grubbern gehen? Natürlich. Abdeckung. Wer? Oh man. Es ist perfekt. Wie viel PS habe ich denn, damit ich weiß, was ich kaufen kann? Toll. Ich habe den hier. 195. Ich bin ja richtig dick ausgestattet. Ähm. Kann ich auch mieten? Nein. Nee, ne? Okay. Luchs. Ah, scheiße geht nicht. Ähm. Was ist mit dem hier? 130 PS, 4 Meter. Der wäre halt nicht ganz so teuer. Oder 6 Meter für 28.000. Ich würde den Horst Joker 6 nehmen. So teuer. Naja, ich kann den... Horst Joker 6. Aber der hat dann... Wir haben wirklich keinen. Nee. Wir haben keinen. Du kannst aber auch... Warte mal. Grupper? Oder mit der Scheibenegge? Ich würde Scheibenegge. Grupper hätten wir 5 Meter für 24,5. Ja, aber ist das nicht so, dass die mehr PS brauchen? Der braucht 180 PS. Oh, das geht. Ja, aber die Gruppe arbeiten nur 15 kmh. Scheibeneggen arbeiten mit 18 kmh. Da sehe ich mich tatsächlich bei der Scheibenegge. Ich sage nochmal, Horst Joker 6. Und für Missionen ist das egal, welche von beiden du nimmst. Jaha. Wir hätten auch den Corona mal drauf nehmen können. Den Corona? Ja. Von Kerner. Ja. Der hat ja 3 Funktionen. Der hat einmal Flachgrubber, der hat einmal Tiefengrubber und dann einmal Tiefenlockerer. Ja. Okay, ich kaufe den Horsch. Oh nein. Da hat die Hände ausgegeben. Ja. Muss ich ja. Na toll. Ich bin bleib. Mit diesen 8... Ist schön. Mit dem 28 investierten 1.000 Euro können wir jetzt 18.000 verdienen. Yay. Sag mal, nur 10.000? Naja, Investitionen für die Zukunft, würde ich sagen, ne? Hm. Jetzt hätte ich fast die Scheibenegge verkauft. Patti. Du wirst gleich die nächsten 17 Wochen zum Weintraum ernten eingeteilt, ey. Wenn dir nichts kommt, ja. Ich wollte gerade sagen, was ist das eigentlich denn? Die hat sich irgendwie verlaufen. Aber ich glaube, das ist momentan schwierig. Die hat Geburtstag und Hochzeit und die hat, glaube ich, andere Sachen im Kopf, aktuell. Oh, hier ist aber groß, ist fast ein Angebot. Normalerweise, wenn doch PG sagt, jemand hat zu kommen, haben die Personen zu kommen. Ist richtig. Aber... Ne, das sage ich jetzt nicht. Sonst werde ich wieder... Ne. Ne, ne. Ich sag mal so, bei einer Hochzeit sah ich... Gut. Ist okay. Geburtstag finde ich... Pfeife drauf. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Entschuldigungsschreiben ist hiermit gegeben, aber... Irgendwann muss es dann soweit sein. Die hat sich ja irgendwie nie in ARC gemeldet, ne? Nö. Äh, doch. Doch, 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 doch. Hat Patti gesagt. Wird im... November? Im September dann. Achso. Dieses Jahr? Ja. Ja. Mhm. Ich glaube eigentlich ARC 2. Die wird operiert... Was? Genau, nach der... Wenn das dann mit der Operation, glaube ich, dann durch ist, dann... Ja, ja. So irgendwie war das gewesen sein. Genau. Dann erscheint sie in ARC. Da ja die liebe gute Denise in der, äh... Challenge ja doch aggressiv war, habe ich zu ihr gesagt. Das wird Zeit, dass du endlich auf ARC kämpfen, dass du deine Aggression dort auslassen kannst. Okay. Ich würde ja Battlefield empfehlen, ne? Oh, das muss ich noch schauen, wie sie da... Sie hat das VOD gelöscht. Was? Ja. Warum? Ja, das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Ich habe eine Frage. Warum fragen? Wo haben wir unsere... Weinkisten? Eine steht hier am Händler. Und die andere müsste auf dem, äh... Hier vor dem Pferde... Oh, das Ding. Du Bruder? Schweizer Schweizer. Schweizer... Ich muss kurz was sagen. Willst du nicht mit uns mitspielen? Ne, jetzt auch nun so. Wenn BG sagt, du hast zu kommen, dann hast du zu kommen. Wie... Wer hat das gerade gesagt? Es kann nicht sein, dass ich das Lenkrad um 90 Grad trinken kann, ohne dass etwas passiert. Oh, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich... Ähm... So. Groban 18 oder 67? Wo bin ich in der Nähe? In the game. Du hast doch noch Groban 11. Was? Ja, das sind zwei Stück offen. Ach, drei Stück sind offen jetzt. Ja, aber 11, da stehe ich nicht auf für 1000 Euro. Wow. Aber warum denn nicht? Das ist der Sprit zu teuer mittlerweile. Optionen. Äh... Glaube ich fahr hier nach links. Dann rechts. Geht fast auf dem Nachhauseweg. Aber wirklich nur fast. Also links, rechts, Kreisverkehr links, rechts. Vollkrab beim Kreisverkehr links einbiegen. Schwierig. Aber hey, ich bin top motiviert. Wo die was? Nein, einer. Genau, das heißt... Wir müssen dir mal irgendwie zu Weihnachten mal irgendwie so einen Duden kaufen, Patti. Es gibt so viele Wörter, die du nicht kennst. Ach, ich kenne die alle. Ach so. Ja. Fängt bei Arbeit an, ne? Aber du, ich nur riss ja einfach für dein Leben. Richtig, man muss bloß die richtige Einstellung zu diesen Wörtern haben. Na ja. Ach ja. Ey, was... Bist du jetzt müde? Wer ist müde? Du hast grad Mittagsschlaf gemacht. Ja. Ja, war auch ganz gut so. Das ist... Weil sonst wäre ich hier... Aha. So ein bisschen eingeschlafen. So, aber noch ein bisschen. Ja. Kommst du gleich wieder, Schweizer? Schwester. Ich erscheine wieder. Ich bin wieder am erscheinen. Oh, hier ist auch ein schönes... Was ist das? Ein Café? Ne, das ist ein Hof. Ah. Mit einer Hollywood Schaukel. Oh. Da sehe ich mich. Oh. Oh, Panorama ist da, muss ich sagen. Bestellst du schon mal? Hä? Was soll ich bestellen? Kaffee? Kuchen? Kaffee? Ich wäre bei Bier, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob man das italienische Bier trinken kann. Wenn das so ist wie das Kölner Bier, dann... Was ist denn jetzt? Was ist das Wasser? Ja, genau. Das Wasser in kleinen handlichen Portionen. Die mit ihren Schluckgläsern. Ui. Die Schluckgläser ist richtig. Aber ich bin noch nie auf dieser Straße hier gefahren. 67 müsste dann hier vorne rechts sein. Weiß jetzt das Wasser ich noch nicht. Machst du heute die Weintrauben, Schweizer? Absolut. Ich sehe es gerade im zweiten Bildschirm. Im dritten Bildschirm. Cool. Cool. Dann hätte ich 17.000 Bildschirmen gehabt. Hallo drei. Also... Braucht man auch. Das ist die Fahrzeuge noch nicht. Tatsächlich habe ich auch ganz basic mit einem angefangen. Und habe immer gesagt, reicht mir, weißt du? Mhm. Dann habe ich einen zweiten No-Name-Scheiß-Dreck-Bildschirm geschenkt bekommen. Der ging aber noch so halb. Und dann haben wir uns, waren es zwei. Und dann haben wir gedacht, gut, zwei sind ganz geil. Dann haben wir hier zwei aufgerüstet und dann irgendwann waren es drei. Oder ist das wieder das lustige Ding, wo man unten einschalten muss, wo die Ding Deich heißt? Das ist eine gute Frage. Ich habe auch eine gute Frage. Mhm. Ihr habt mir mal erklärt, da wo die Zahl steht, ist die Felderanfahrt. Ja. Bitte springt mal einer in die Halle und sagt mir, wo hier die Felderanfahrt ist. Also ich kann hier reinfahren, ne? Ja, die ist hier hinten. Ja, aber das ist doch keine Nummer. Naja, also hier ist schon, also hier ist die Feldeinfahrt zu diesem Feld. Ja, aber du musst über dieses Feld hier fahren. Nee, nee, nee. Bei der 66 ist die Rauffahrt. Beziehungsweise bei der 65 ist das. Gott. Ja, das ist, das ist richtig. Was ist denn das für ein, für ein Dingens hier? Ja, du musst hier hinten, musst du rauf fahren. Ja, aber ist das ein Solarpark oder was ist das hier? Das ist ein Solarpark, ja. Ja. Ich mach den Einwäser, fahren Sie rechts ab, bitte. Rechts. Jetzt? Ja, hier. Wo ich stehe. Naja. Irgendwann lässt du mich nicht überfahren. Würde ich nie tun. Hm. So. VCA und los geht die wilde Fort. War ich da schon ein Missionserfolg? Oh ja. Ein Prozent. Warum sagst du nein? Ja. Das war das Prinzip. Er ist so ein Böser Mensch. Bin ich gar nicht. Er hat zu stark angefangen und so schnell nachgelassen, weil wir gehen. Was? 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 Hast du heute einen Helfer, Schweizer? Anscheinend. Aber eine andere Frage, wenn ich mir jetzt mal die Produktion angucke mit Rotweinfass und Weißweinfass. Ja. Wo bekommen wir denn die Fässer her? Im Shop. Ah, die kann man einem verkaufen. Das ist ja herrlich. Muss dann irgendjemand nochmal besorgen. Ist richtig. Oh Gott. Warte hin. Naja, da war auf einmal eine scharfe Kurve. Auf einmal auf die Farmbong gesprungen? Ja. Oh. Und dahinter war ein Graben. Und ich war zu schnell. Ja, Partie. Go, Partie. Oh, die Bahn hier ist richtig nicht geil mit VCR. Ich finde das gelbe Gewicht passt super. Die Frage ist nur, wie lange ist das noch gelb, bevor es schmutzig wird. Was ist denn eigentlich unser nächstes Investitionsziel, Männer? Neuer Traktor für mich. Nö. Ne. Sehe ich nicht. Aber ich? Nicht 120 PC Stunden. Ist richtig. Und da nur rumstehen wird es schwierig. 120 hast du gesagt? 120. Ich habe 220. Ich habe 220 verstanden. 120.000? Ja, auch. Aber wir könnten uns vornehmen vielleicht ein Traubenerntegerät oder so? Ja, das wäre mal eine sinnvolle Investition, aber der kostet halt richtig Asche, ne? Aber theoretischerweise, da wir beide Traubensorten auf dem Gelände haben, leuchten wir ja zwei Traubenernte. Wieso? Du kannst doch eher das andere machen und dann das andere machen. Ich nehme es nur noch das, was es dann mit dem komischen Rundumleuchten-Ding gibt. Ich wollte gerade sagen, gibt es da nicht die nächsten Neuen? Wenn das wieder genau gleich ist von der Funktion her, wie die Porsche, Diesel und so, da die alten, wo es mit dem Download-Code ist, dann reicht es ja wahrscheinlich wieder aus, wenn jemand das kauft und alle anderen können es brauchen. Wenn es wieder gleich gemacht wird. Hat er nicht gesagt, meine Damen und Herren, wir sind fertig für heute. Ich danke fürs Zuschauen und fürs Vorbeisten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Tschüss. 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 Sonst.